online bundesliga meine erste serie mal schauen wie sie wird die Vielen Dank. So, ich glaube, dass Jena tatsächlich die Mannschaft ist, die auch noch zu Null steht. Lars Krämer aus Limmer, der Name sagt mir auf jeden Fall irgendwas. Das ist, glaube ich, ein ganz ordentlicher Skaterpiller. Passe. Ja, Pflicht 18, mal gucken. Ja, 20, ja, 22, ja, 23, ja, 24, passe. Null Augen gedrückt. Man kann auch wahrscheinlich gleich mal anders drücken, aber so sieht es optisch. Bis jetzt sind sie noch Schneider. 20, As 10, As 10 wahrscheinlich bei Vorhanden, liebst als Junge. Räumen, ob es mit zwei Kassen in die Mitte hat. Passe. Dumme Bauern sind, glaube ich, der Grund. Passe. 18? Bei Jens Bauer sagen wir wahrscheinlich 18, aber in der Mannschaft auch grenzwertig. Gucken wir mal, was der Herrn Krämer zelebiert. Piep. Piep spielen. Sieben zu und unten zu. Jetzt sind 24. Was ist los? Passe. 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 18? Das zweite Experiment ist wahrscheinlich gut gegangen. Ich spiele trotzdem noch Kreuz. Und hoffentlich den vier Tropf zu laufen. Sieht das jetzt gut aus, ja. 8. 8. 9. 10 Brille in Grau. Die hatten ja schon 39 oder sowas, ja. Passe. 18? 18 sind es. 20? Ja. 2, 7, dann nach 8. Wir lassen jemanden arbeiten. Den Herrn aus Jena. Wenn der beim Herzspielen fehl ist und vielleicht eine bestellte 10 zu haben, ist aktiv. Alle Optionen drin lassen. Peak. Ich spiele davon da mal los aus. Nein. 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 Ich spiele nur noch Gefühl, ich habe nicht mitgezählt. Ich kenne es nochmal überliegen, 14, 25, dann was mit 40, so hoch haben wir. Wie nimmt sich jetzt wieder das Spielbild da? Was hat denn der da gemacht? 18? Passe. Passe. Spanische Binder. Das Assos und Stockas. Ähm. Grand. Und dann nochmal so. passen kreuz Passe 18 Passe Das erste Experiment ist jetzt mal schief gegangen Wir tun Seitenass Das erste Experiment ist jetzt mal schief gegangen Lassen wir die Spiele gehen Halleluja Ich bin trotzdem dran Ich bin trotzdem dran Jetzt habe ich ein Auge verschenkt Nein, ich bin ehrlich zu schnell gespielt, aber wir haben trotzdem gewonnen War das nicht so schlimm Auch wieder vergessen, was zu dem Spiel zu sagen Das ist schwer, sich zu konzentrieren und zu sprechen Das stimmt schon So, wir machen fragwürdig blank auf in dem Spiel Okay, aber kreuz unterm Ass ist jetzt unter Umständen Okay, den Spiel kreuz Ass auf jeden Fall Was macht dieser Mann jetzt? Was macht dieser Mann? Achso, er hat 32, 25 und 37, 32, 32, 32, 32. 47, 32, 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 32 Ich glaube, er will nicht mehr. Ich muss mir die Verkaufung aufgeregt. Passe. 18. Passe. 3 aus 2. Herz. Meistens gewonnen. 21. Wir müssen noch ein Herz hinkriegen. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 56, wenn es ehrlich zugeht. Keine Stimme. 18. Passe. Passe. Weiß nicht. So, wir spielen Herz, weil wir in der Beikarte im Peak besser sind, denke ich. Herz. Ich glaube, wir haben noch eine Beikarte. Schauen wir mal. Da, wo können wir vorspielen. Ich bin schon mal nach. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 20. 20. 20. 21. Pickspiel, Krang, Norbert, Karohant, alles ist möglich. Wir finden natürlich zu, wir könnten jetzt Krang oder Norbert spielen, natürlich zehnt der Krang mehr, also spielen wir Grand. Okay, die Bauern kommen nicht, um Spaß zu machen, füllen stehen die Chaos links, was ist das, Kau, 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 bis der Arzt kommt, was ist mit Pie König, Pie König, Pie König für Schwarz, ja voll, da ist der Pie König, ja. Na ja, gut, so, Abbruch, 800 Punkte vor, gegen alle. 18? Ja, passe, passe. Herz. Zu viele Damen, da können wir ruhig einer reinhauen, 46, 20, 30. Und das war's, okay. Pickloser macht 0. 18? Ja. Passe. Passe. Wir haben nur Spaß gemacht, damit er hat sehr grenzwertige 18 auch. Caro. Wenn ich zum 0 finden kann, dann bin ich immer gut, obwohl man 0 zählisch reizt. Man kann hier natürlich auch Herz-Junge-Piep 10 einpassen und ärgert sich dann ein paar Tage, das ist ja auch nicht von Vorteil. Da kommt Piep, okay, da kommt Piep. Da kommt Piep. Okay, wir machen mal Kreuz auf. Wir machen mal Kreuz auf. Okay. Wir machen mal Kreuz auf. Ja, da lag keine Piep-Lusche und wir haben für 30, 40 Punkte bekommen. Die Mannschaft ist auch zufrieden. Spieler aus Gena brauchen eine Auszeit. Bräuchte wahrscheinlich, tut dem Herrn Kremer aus Nimmer wahrscheinlich auch gut. Ja, läuft bis jetzt sehr einseitig, diese Liste, muss man natürlich ehrlich zugeben. Vor allem habe ich jetzt schon das zweite Mal im Gegenspiel nicht mitgezählt. Und es hat gereicht, lustigerweise. Das war aber weniger als... 18? Passe. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Passe. Okay, 0 hat links nicht genutzt. Kreuz. Kreuz den Kreuz. Ich mache jetzt noch einen Lauf. Okay. Wahrscheinlich 6 Abtour, dann habe ich auch Karo-Azzyklet dazu. 5 Trumps oder halbe. Weil er 4 mal Karo dabei hat, muss man ja 5 Trumps haben, weil er noch eine Herzlusche drin hatte, logischerweise. Und es da war wahrscheinlich... Gott. Jetzt gehen sie aber ganz schön zur Sache. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie es bei den anderen steht. 18? So schnell schon so unterwegs ist. 20? Ja. 22? Ja. 23? 23? 23? 23? Ja, man muss hier schon mal sagen, dass hier irgendwas mit meinem Namen natürlich auch nicht stimmt. Der Name ist zwar richtig geschrieben, aber wie ihr seht, sind die alle groß geschrieben. Mein Name ist irgendwie Klein. Das daran liegt, dass ich jetzt mein zweites Mal erst mitspiele. Hatten wir vorhin mal gemutmaßt, kann aber nicht so, kann aber eigentlich nicht sein, weil Menzel heute auch das erste Mal mitspielt und sein Name auch groß geschrieben war. Also keine Ahnung, was da passiert ist. Vielleicht wird das noch berufen. Wo wäre? So, Nullo wäre, der sieht wohl ganz gut aus. Ja, der sieht gut aus. Das Schinken, zack. Zwei passende gefunden, war wahrscheinlich auch nicht schlecht. 3 zu 4. Passe. 18? Passe. Grand. Achso, ja, wir hatten... Wir hatten ausgemacht, den Spiel 24 das erste Mal. Das nicht zu viel war. Hm. Jetzt hab ich glaube ich zu schnell gespielt mit Karoze im Kotzkrieg. Ich hätte mal auch ein Lippe. Achso, vier Pieten. Vier Pieten, drei Jungs. Raus und... 18? Passe. Wir hatten ausgemacht, dass wir im Spiel 24 uns, glaube ich, die Ergebnisse schicken. Das werde ich dann auch tun. Hoffentlich. Nicht vergessen. Herz. 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 Ein Trompf. P10 zu viert. Okay, P plus ist wahrscheinlich gedrückt meistens. So. Okay. 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 Ich habe nicht gezählt, ob die schon raus sind, ich weiß es nicht, auf jeden Fall noch 21 Augen. Offensichtlich macht jeder im Spiel 18 Punkte auf Lieferung. Ich kann ja mal schauen, ob irgendwas passiert ist hier, wahrscheinlich eher nicht. Passe, 18, passe. Interessant, ach Gott, wie geht man so finden. Wie drückt man den jetzt an seinem Übersystem? Man kann auch Karozän drücken und Kreuzlösche mit Piep spielen. Ich hoffe, mein Herz sollte nicht rauskommen. Mein Herz ist da, ist ok. Ok. Karten auf der Gebiet mit Reinschneider. Irgendwo bei 1000, 4 Punkten, 2 Asse. Kann man reizen. Im Einseherenturnier. Passe. 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 Eieieiei, goldene Uhr und Kette. Herz, junger Pik Ass. Das wäre ein schönes Pik-Spiel gewesen. 18. Passe. 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 Aber in der Mannschaft halt sehr fragwürdig. Passe. 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 Ein bisschen füllen aus. So. Passe. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, wie schön das kann er machen. Grau. Zwei Jungs, viermal Herz. Herz mit Herz ausgültig zu viert, sehr wahrscheinlich. Hast zehn da noch vielleicht? Oh, K.O.S. auch. Ach, wie schön das kann er mal. 18? Passe. 20? Passe. Nur 18? Mit der Hand. Okay. Grand. Der geht trotzdem drauf. Ja, sieht es ganz gut aus. Der ist aber fast im Spiel. 18. Ihr müsst ja wirklich verstehen, dass es um Pieten geht hier in der Karte. Sehr gut. Sehr gut. Passe. 18? Ja. Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. 30? Ja. Ja. Passe. Grand. Hand. Schneider. Die ersten fallen fliegen schon. Nächstes auskommen. Wunderbar. Ja. Mal gucken, ob Pik Dahmer bis zum Schluss einen Stich macht. Wo ist Pik Kündig? Ah. Hat da Spaß gemacht. So, jetzt schicken wir mal den Jungs kurz das Ergebnis. So, Kreuz Hand, wenn wir bereit sind. Passe. 18? Passe. Sehr ungewöhnlich. Kreuz. Okay. Sieben Trumpf, nichts gefunden. Schauen wir mal, was passiert. Herz Ass ist nicht schlimm. Das ist grau aus Rungschneiderschanz. Karten aufdecken. Ja. So. Das ist der nächste. Moment dran. Ja. 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 Der Quantos steht. Marco Menzel steht im Spiel. 19. 600. 600. 429. Der Zimnitz. Der Zimnitz King stand im Spiel 18. 500 zu 63. Da ist der Jena auch ein bisschen hinten. Kann man da ganz schön. Und es gab die Gemeinschaften immer aber weit vorne. Okay. Aber den habe ich ja unter Kontrolle. Ja. Schauen wir mal. Mittelhand. Schöner Ansatz. Aber ich bin aktuell nicht interessiert. Passe. 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 Weg. Weg. Ich wusste es. Pieck. Lusche wird gut. Schaffe ich den einzupassen. 5 Arturo. Seidenass bestellte 10. Bauer macht den Kau. 18. Und das ist glaube ich der Skat, der tatsächlich nur Auvers macht. Ja. Null. Auvers. Null. Auvers. Ja. Das sieht ganz gut aus. Immer schön wenn man Optionen hat. Na Herr Schäfer. So. Passe. Herz 7 macht Null Auvers. Passe. Aber wir sind nicht interessiert. Es wäre aber in einem Serienturnier eine richtig dicke Liste geworden. Da hätte ich das eine Ding wahrscheinlich auch nicht weggelassen wo der verloren hat. Und die anderen zwei auch gereizt. Grau. Gucken wir mal was jetzt passiert ist. Neue Info. Vielleicht. Okay. Martin sieht auch gut aus. Also. Gefühlt sieht das ganz gut aus. Bis jetzt. 15. Rein mit den Zähnen. Der legt da nicht mal mehr die Dame rein. Hat keine Lust wahrscheinlich. Ja. Bei dem Stand nach zu vollziehen. Passe. Dass man keine Lust hat. 18. Passe. Peek. So, Von jeder Farbe in voll. Passe. 18. Passe. Grand. Standard, Herz 10 zu 4. Sehr langweilig. Muss ich auch mal machen. Ich tippe mal, da würde ich noch ein paar Fiepen haben. Dann wäre es ein Haus. 18. Ja. Passe. Passe. 18, wenn ich das ernst gemeint habe. Ich würde vorhanden jetzt ein verlieren. Ich würde vielleicht den Sack in der Mannschaftsrunde jetzt komplett zumachen würden. Caro. Der Kreuz kam ganz schön schnell. Machstens blank. Oder er hat keinen Peak und hat die Gegenfarbe aufgemacht. gemacht auch möglich. Auch möglich. Der Zielfall. Oh, jetzt ist los von oben. Ja, mal kurz. Ja, mal kurz. Ja, mal kurz. Genau. Passe. 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 So leid, jetzt sticht man da drin, voll schlimm, wenn man sich... Sticht dann auch nicht mehr da. Ich glaube, ich habe nicht genau gezählt. 18? Ja. 20? Ja. Passe. Passe. Pique. Sieben. Passe. Hmm. Ich glaube, der ist kaputt. Letztes Bild, auf jeden Fall, ich meine Augen, Punkt 63, hey, hey, so, 18, passe, passe, Grand Ich habe es gesehen, ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. 18, ja, 20, ja, 22, ja, passe. So, 22, meistens muss der Kabupunkt sein, alles andere, bitte, kein Sinn mehr. Kreuz. 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 Keru. Vielen Dank. Ja, irgendwie ist hier hinten raus nicht alles optimal gelaufen, glaube ich, so ein Gegenspieler, die Zettel machen. 18, passe. Mal gucken, ob wir nochmal 40 knabbern können. Mit diesem durchschnittlichen Rollmops. Okay, da springen wir uns herzlichen sofort selber frei. Das hat auch nicht gut funktioniert. 6.2, 2 Herz, Asskönig und 2 Karo. Es droht jetzt der siebte Herz von da, wenn er schneidet, dann fliegt ihm der Karo voller Auto weg. Er muss jetzt, wenn er Karo, er hat offensichtlich nicht Karo aus 10. Oh. Ja, das werden irgendwie 40 sein. DS. Noch ein Foto. Ja, keine Ahnung, wie das geworden ist. Wir schauen mal. Vielen Dank erstmal und bis zum nächsten Mal. Wir schauen mal. Untertitelung des ZDF, 2020